Das hier ist ein ganz normaler Controller und das hier nicht, das ist irgend so ein komischer Baby-Controller, der, wenn man drauf drückt, irgendwie Sounds von sich gibt. Was ist das? Im Laufe des Videos werden die Controller immer komischer und komischer nach jedem Key, den ich mache. Und mal gucken, wie schlimm es am Ende sein wird. Let's go! So, let's go, Leute! Okay, erste Runde, die wir versuchen, ist mit dem normalen PS5-Controller. Ein Controller, mit dem ich zwar nie spiele, aber wahrscheinlich der beste Controller, den es in diesem Video gibt. Das ist der Controller, mit dem es am einfachsten ist, irgendwie ein Win oder sonst was zu holen. Und danach wird es einfach nur noch schwerer und schwerer, je nachdem, wie viele Kids ich mache. Deswegen drückt mir auf jeden Fall die Daumen und vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen. Und by the way, ihr könnt mich gerne... Bro, was hast du gemacht? Hä? Hä? Wollte ich mir gerade echt sagen, dass ich meinen Controller jetzt schon switchen muss? Ja, ne? Ich muss ihn jetzt schon switchen. Das besagen die Regeln. So, switchen wir ganz kurz Controller. Wenn jetzt in der Zeit jemand kommt, würde ich heulen. So, jetzt switchen wir zu meinem PS4-Controller. Okay, alles gut, kriegen wir noch hin. Und by the way, Leute, falls ihr mich supporten wollt und auch so welche Art von Videos supporten wollt, ihr könnt es hier ganz easy machen. Ihr müsst nur bei Supporting Creator meinen Namen eingeben. Und es ist auf 14 Tagen erneut. Hashtag Epic-Partner an der Stelle. Und Kuss auf jeden... Kuss an jeden, der mich auf jeden Fall supportet, Leute. Wirklich, Kuss, Kuss, Kuss. Ich erschüsse. Ey, Jungs, ich sag's so, wie's ist. Shit on! Habt ihr diesen Edit gesehen? Oh mein Gott, Alter, ich bin so cracked. Okay, ich hab jetzt zwei Kids gemacht. Ich glaube, das ist trotzdem fein. Ich muss jetzt Controller switchen, denn jetzt wird's erst wirklich schwer. Was ist das für ein Controller? Bitte sag, wie du funktionierst. Es funktioniert. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Okay, wir schaffen das. Alles gut. Alles. Hä? Die Tasten sind unterschiedlich. Ach du Scheiße, unten ist jetzt... Okay. Oh mein Gott. Was ist das? Ey, Leute, ich sag's so, wie's ist. Was ist denn das für einer? Ich würd sagen, ich mach jetzt... Pro Controller mach ich immer zwei... Pro K mach ich jetzt immer... Ne, pro... Pro... Ist das irgendwie Bots? Naja, ich bin halt überkacke. Aber die Gegner sind halt noch so viel schlechter. Wie soll ich denn hier klau machen, Alter? Wir haben schon irgendwie viele Kids. Es ist auch die erste Rack-Runde, die ich mit diesem Account hier auch mache. Deswegen sind die Gegner nicht so krass. Aber ich kann auch nicht gegen krass Gegner so spielen. Sind wir mal ehrlich? Ich krieg nur aus dem Mauer, wenn ich nur gegen gute Gegner mache. Und die Tasten... Die Tasten sind jetzt einfach verwechselt. Die kommen wohl durcheinander. Wo ist das Dreieck da? Aha, Alter, goldene MP. Nehmen wir mit. Hopp. Ach, was ist das? Das wird schwer. Pssch, pssch, pssch. Ich weiß, dass da einer runtergekommen ist gerade. Hä? Hä, no joke. Hier war doch eben noch einer. Ja, okay. Dann, ganz ehrlich, Broski, ich hoffe, du hast ein schönes Leben da, wo du hingegangen bist. Alter, die Tasten, die jetzt verwechselt sind, das macht mich so fertig, ne? Es macht mich legit so fertig, hier irgendwie was hinzureißen, richtig. By the way, Leute, ich wollte nur mal sagen, ich bin gerade dabei, meine eigene Maps zu machen. Ich wollte eine 1 gegen 1 Map machen, eine Zone Wars Map und ich wollte eine B-Box Fight Map machen. Also 2 gegen 2 oder so. Und war auch am überlegen, ob ich eine Map mache, wo ich alles auf ein Dings mache. Was meint ihr? Wäre das eine geile Idee, ja, oder? Oh, ich bin so lost hier gerade, ne? Oh, are you serious? Oh mein Gott, ich habe hinten Tasten, sehe ich gerade. Ich kann hier hinten springen. Hä, das ist ja mal gigageil. Und bauen. Könnte Peter Griffin versuchen zu holen. Oh mein Gott, das wird eine... Nein, ich kriege nicht Sinn. Ich muss... Nee, das wird so schwer mit dem Controller. Der geht hinten lang irgendwo. Der ist da irgendwo... Ist da oben auf dem Berg? Ja. Ah, shit. Okay, ich sage es, wie es ist. Ich glaube, der, der die Medaille da hat, ist nicht so schlecht. Oh mein Gott, was? Ich habe ihn getroffen. Oh nein. Kannst nicht glauben, dass ich einen Grat in der Luft getroffen habe. Pieck, Pussy. Was mache ich? Wie komme ich... Hallo, wie komme ich aus dem Metall... Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Ach, ja, toll. Ah, ist nicht gut. Oh mein Gott, das war's. GG. Wie soll ich dagegen? Was machen, Mann? Dieser Controller ist scheiße. Ich habe nicht meine Tastatur. Cool, ich bin Bronze eingeübringt. Stark. Okay, Leute, wir sind wieder zurück. Wie ihr sehen könnt, immer noch dieser kleine Kontro... Oh, der will mich snipen. Der Libre will mich... Er denkt auch, er kann mich snipen. Guck dir das an, Junge. Ich schwep auf dich, Alter. Really, Tilly. Du kleine Marzipan-Maus. Du denkst auch wirklich, dass du mich hier shitten kannst. Oh, gar nicht. So. So. Ah, ich wollte nicht tanzen. Ich will meine Meta machen. Nein. Oh mein Gott, ich habe zwei Tasten fürs Tanzen. Geht doch. Ah, ist da. So. Okay. Fehlt nur noch ein K mit diesem Controller. Und dann kann ich endlich switchen. Ein K noch. Mann, das ist doch scheiße. Okay, gucken wir mal. Vielleicht ist hier hinten irgendwo jemand. Das Problem ist, ich kann nicht so krass eigentlich reinpushen, weil ich über Arsch bin. Okay? Da ist einer. Oh mein Gott, ihr habt ihn gesehen, ne? Ja, das ist mein... Okay. Ey, ich drücke immer die falschen Tasten. Ich bin Playstation-Layout gewohnt und dann kriege ich das hier. Verdammt, Bro. Ich habe dich komplett geschittet, Alter. Ey, ich würde sogar sagen, mit diesem Controller habe ich immer noch eine Chance gegen Wunderby, Alter. Ich glaube, ich gewinne gegen ihn, wenn ich so spiele. Oder was meint ihr? Hm. Okay, wir müssen jetzt aber Controller switchen einmal. Dafür baue ich mich kurz ein. So. Controller weg. Ey, ich bin ehrlich, Leute. Ich habe keinen Plan, was das hier für ein Controller ist. Oh mein Gott. Okay. Waffen switchen kriegen wir hin. Alles gut. Alles gut. Das kriegen wir hin. Was ist... Was ist das? T? Ich habe T und was ist das? Die beiden Tasten funktionieren nicht mehr. B. A. A. Y. X. Mein X ist jetzt mein Y und mein... Oh mein Gott. Ich check gar nichts mehr, Leute. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kriege das hier nicht hin. Es ist so stressig für den Kopf, ne? Ey. Aber ich hoffe, wenigstens euch gefallen irgendwie die Videos und die Controller, die wir hier in den Videos benutzen. Falls ihr irgendwie... Falls ihr irgendwie coole Controller, Tastaturen oder Mäuse habt, schickt sie mir gerne mal zu. Ich werde die dann versuchen, mal auszutesten und zu gucken, ob alles da funktioniert. Und ja... Ey, ey, ey. Ich gehe langsam mental hier, Leute. Kann ich mal die Karte öffnen, oder? Doch. Hä? Was ist denn das? Okay, eine Medaille wurde genommen. Okay, es leben noch sau viele Leute. Oh mein Gott. Da ist jemand. Was denn, Bro? OG Fortnite. So ein Ding und nicht anders. Wo bist du, hä? Ah, juhu. Denkst auch, ich bin langsam meditieren, oder? Oh, was ist deine Mission? Ich habe keinen Plan, was deine Mission ist, aber. Oh, ich heine. Kannst du mal aufhören, so viel zu klettern irgendwie? Oh mein Gott. Ey, ich bin so kacke. Ich bin so kacke mit diesen Dingern. Ey, ich schwöre, ich will keinen Tanz machen. Ey, ey. Ich will die nicht austanzen, okay? Der hat gut gespielt. Ey, aber schlag mich gut, ne? Fünf Kits. Ich habe nur nicht mehr ganz so viele Controller hier, deswegen kann ich nicht ewig aufswitchen. Ich darf nicht so viele Kits machen. Hier unten sind Bots. Yo, wahrscheinlich habt ihr so ein krasses Aim, Bro. Ey, weißt du was? Ich wollte mir eigentlich die Bots holen. Eigentlich wollte ich mir Bots holen, aber ich bin ehrlich. Nee. Muss nicht sein. Herzlich Hund. Easy shit on. Woo. Let's go. Wir dürfen wieder wechseln, Leute. Okay. So. Ich habe keinen Plan, was das hier ist. Aber es hat mich ganze 90 Euro gekostet. Jetzt will ich aber auch was. Ey. Nein, 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 nein. Ich habe 90 Euro dafür ausgegeben. Deswegen. Funktionier bitte. Hallo. Das funktioniert. Leute, das funktioniert nicht. Nee, 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 nee. Das. Okay. Anderer Controller. Anderer Controller. Bevor jetzt jemand gleich mich pusht. Der funktioniert auch nicht gerade. Doch, er funktioniert. Leider funktioniert der. Shit. Was ist das für ein Controller? Warum funktioniert der andere nicht? Och, nee. Alles gut. Wir schaffen das. Irgendwie. Kriege ich irgendwo ein dickes Shit her? Ist das A? Okay. Ey, wirklich. Ich checke gar nichts mehr, Leute. Ah, hier vorne ist da eine Tankstelle. Aber eine Tankstelle kann ich mir erstens wahrscheinlich ein neues Auto holen und zweitens mir ein Bigness kaufen, oder? Und notfalls kann ich mein Auto auch auftanken, ne? Ich drücke mal die falschen Tasten. Ey, war sogar jemand. So, komm mal her hier, Junge. X drücke ich doch. Funktioniert nicht so, wie ich das will. Ich hab drauf gedrückt. Hat nicht geklappt, Leute. Sechs Kills haben wir. Mit der Runde davor haben wir irgendwie elf Kills schon gemacht mit verschiedenen Controllern, okay? Die sind alle scheiße. Da ich jetzt danach nur noch einen Controller, glaube ich, habe oder zwei, würde ich sagen, dass wir es so machen, dass ich erstmal das hier einnehme. Ich schwöre, dieser Struggle mir mit dem Baum gerade. Aber ihr müsst mir, ihr müsst schon mir lassen, ne? Ich bin gar nicht so kacke, oder? Also schon, ja, ihr habt recht. Ich bin schon ultra kacke. Okay, die Insel kommt, zur Insel will ich nicht. Wir spielen jetzt ein bisschen taktischer, Leute. Wir müssen das taktisch machen. Ich hab gleich noch diesen Controller hier, ne? Überlegt mal, ich habe diesen Controller hier gleich noch da. Lecker. Der wird komplett krass sein. Edit Parcours, Edit Parcours. Oh mein Gott, Edit Parcours. Perfekt. Ich bin weit gekommen mit dem Brie. Komm, meine Sniper hat kein Visier, ne? Ich soll mit dieser Sniper... Oh, hier sind Waffen. Ist das eine Falle? Ey, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, ne? Weil alle, die jetzt noch leben, sind wahrscheinlich richtig gut. Und ich bin halt kein Controller-Spieler, Alter. Merkt man auch wahrscheinlich, oder? Okay, wir warten ganz kurz, bis die Zone zu ist. Kann ich irgendwie... Okay, ich kann Karte machen. Ich denke, wiii. Guck mal, seht ihr den hier auf der Insel? Ja, auf der Insel, der hat, glaube ich, vier Medaillen. Wie soll ich gegen den irgendwie nur ansatzweise ankommen? Kannst du mir bitte irgendwie erklären? Ich muss irgendwie einen Sniper drücken und das mit dieser Sniper, oder was? Okay, wir gehen wieder zur Zone. Easy. Ich bewege mich wie der größte Bot gerade. Es ist unglaublich. Es tut mir so leid, dass ihr dieses Gameplay sehen müsst. Ich muss aufpassen, vor dem mit der Medaille. Okay, der ist noch bei der Insel. Wir schießen mehrere gerade. Ich brauche halt noch ein paar Kids hier vorne. Oh mein Gott, Headshot! Let's fucking go! Ich muss mich ganz kurz zubauen, okay? Wir sind jetzt beim letzten Controller. Dieser goofy-ass Controller. Jetzt kommt der hier. Wartet mal. Es gibt hier gar kein USB-Fach. Es gibt hier bei diesem Controller kein USB-Fach. Nicht im... Nein, bitte. Ich will mit denen spielen. Nein. Shit. Und ich... Der mit der Medaille kommt näher. Oh mein Gott, der mit der Medaille kommt näher. Ich sag's so, wie es ist, Leute. Es tut mir leid, dass dieser Controller nicht funktioniert. Aber ich würde sagen, ich mache dann einfach mit dem Controller weiter. Ich muss halt warten. Der eine ist oben. Der mit der ganzen Medaille, der steht oben. Der fährt mit dem Auto. Ich muss Third Party machen. Es ist so schade, dass der eine Controller nicht funktioniert, ne? Okay, er ist in die Zone gegangen. Okay. Ey, ich versuche trotzdem mit diesem Controller jetzt einfach nochmal einen Wind zu holen. Leute, sorry, dass der Controller nicht klappt. Das wäre so geil gewesen, hätte er funktioniert, ne? Ah, Mann, das macht mich voll sad gerade. Okay, ich muss mich legit gerade sehr stark konzentrieren. Und mit diesem Controller gegen so einen Schwitzer anzukommen irgendwie. Fast unmöglich. Und der wartet oben in einem Busch. Irgendwie Flopper oder so hier. Diese Dings. Nee, Schildfisch. Ich muss über ganz außen gehen. Okay, Leute. Da ist der andere. Ich lasse den einfach mal leben, weil ich muss Third Party machen. Ich muss versuchen, dass der eine sehr gute Spieler gegen den schlechten Spieler spielt, um dann am Ende abzustauben. Ich muss komplett auf Zone und so gehen. Ja, nee, das wird nichts. Ja, das war klar. Das war klar. Ich muss alles auf einen Snipe oder so sitzen. Das ist jetzt das Ding. Okay. Ah, der ist viel besser. Der ist voll unfair. Guckt ihn euch an. Sehr gut. Sehr gut von mir. Sehr gut. Oh, ist das scheiße. 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 Ich kann es den Headshot snipen. Nein. Oh Gott, Leute. Ich kann nicht mehr. Okay, Leute. Wir haben es wieder ins Finale geschafft mit diesem Controller. Okay. Wir sind wieder drin. Neun Kills. Okay. Gib nicht auf. Wir beenden das Video nur mit einem Win. Oh nein. Ich habe mich eingebaut. Okay. Er ist entweder hinter einem Stein oder hinter einem Baum. Oder er ist unten langgegangen. Da ist er. Okay. Für euch. Shit. Falsch. 720. Hä? 720 und... Was ist denn? Hä? Da unten ist er. Oh Mann. GG. GG. Let's go. Wir haben es geschafft mit diesem Weedon Controller einen Win zu holen. Okay, Leute. Wir haben es geschafft irgendwie einen Win zu holen mit den komischsten Controllern. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass dieser Controller oder dieser andere Controller für 90 Euro nicht funktioniert hat. Trotzdem hoffe ich, euch das Video gefallen. Wenn ja, das gerne. Daumen hoch, oben. Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Auf euch lieber. Bis dann. Ciao.